Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist wieder Sonntag und das heißt, ich kann wieder meinen Adventskalender öffnen. Habe ich nicht nur einen echten Adventskalender, sondern auch online auf der Labelmods Seite. Und da kann man halt hier bei Minecraft so eine Sachen ziehen. Die Mütze habe ich letztens gezogen und dann habe ich noch diesen Tanz hier gezogen. Das war heute und die restlichen Tage habe ich verpasst, weil man verpasst das halt ganz oft online. Und jetzt kann ich aber auch noch mal den anderen Adventskalender öffnen. Hier ist die Mama, die gerade unsere Brötchen verbrannt hat. Nein, das ist gerade ein Brötchen von Papa. So und hier kann ich die Brötchen öffnen, das Adventskalender natürlich in einem öffnen. So. Soll ich die filmen? Ja, okay. Moin. Max ist auch da. Morgen. Wir fahren kurz zu McDonalds. Was? Wir fahren zu McDonalds kurz. Warum? Wir machen ein Video einen Tag lang mit Personen, die vor uns befassen. Das essen wir auch. Einen Tag lang? Ja, also morgens, mittags, abends. Oh mein Gott. Bis gleich dann. Mhm. Ich habe hier einmal... Bis gleich. Ich hoffe, du hast zu essen bekommen. Wartet! Ich habe hier einmal einen Schein, so einen Tee. Ja. Hier nochmal so einen Kinderriegel in Mini. Hier. Und... Eine Schneekugel. Eine kleine. Ich fand die so cool. Lol. Aber ich muss es hier anders abmachen. Was ist da? Das weißt du nicht. Ach, Quatsch. Das sieht aus sowieso keiner. Ja, die Adventskalender geöffnet. Guten Morgen. Ja. Echt? Mhm. Kai, ich hebt es sich ja nicht mal ein. Wir haben beide Kai dieses Jahr. Ihr Arm. Bis quasi Chrissy hat er sich einen bestellt. Nein. Willst du es? Da war Schmuck drin, aber ich wollte nicht warten. Ich habe nicht alles geöffnet. Oh. Ja, wie? Ey, warum soll ich warten? Das hörst du... Genau, das hörst du dir jetzt nicht an. Genau, nicht abgucken. Chrissy ist ein schlechtes Beispiel dafür. Warum sollen wir warten? Ich habe eh schon alle Tüchen eingeguckt. Wieso sollen wir warten? Er will mitbestimmt. Ja, ich finde es. Ja, aber das... Nein. Wie beeinflusst nicht, was die Person... Also... Ich weiß. Achso. Ich bin irgendwann auch gar nichts zu essen. Naja, aber... Also irgendwas wird ja dabei sein. Und wenn es zu fleischig ist, dann kriegt ihr das. Ja, ich bin irgendwann. Ja, okay. Nein, wir wollen jetzt frühstücken. Achso. Nein. Hansi, habt ihr nun gefrühstückt? Nein, das ist unser Frühstück. Ja, wir werden auch. Was... Hallo. Und die kann man nicht mit. Geil ist der dritte Agent, würde ich sagen. Jo. So Leute, wir fahren gerade schon bei McDonalds drinnen. Ey, erst mal zu wissen, dass wir ein Latte Macchiato haben. Vor uns war schon jemand, nämlich hatte der einmal ein Latte Macchiato. 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 Und ein Bacon... Was? Bacon und Egg. Bacon und Egg Toast irgendwas. Keine Ahnung. Jetzt fahren wir auch wieder nach Hause. Ey, das ist noch her des Tages. Das ist ein bisschen lustig zum Frühstück. Mhm. Das gebe ich auch. Gleich. Jetzt? Nee, gleich. Okay. Und dann essen wir da ja nochmal Frühstück. Also, jetzt wirklich hier niemand. Bei McDonalds war auch niemand. Wirklich nirgendwo ist irgendwas los. Das ist echt alles leer hier. Richtig, das ist ein dritter Advent. So, toll. Jo, ein richtiger dritter Advent. So, wir sind jetzt hier zu Hause angekommen und gehen jetzt mal raus. Und ich zeige euch meiner Mama mal, was ich da bekommen habe. Also, was wir da extrem viel bekommen haben. Ihr müsst heute zum Frühstück hungern, ne? Ihr müsst heute zum Frühstück hungern. Ja. Das ist mies. So, wir sind jetzt hier zu Hause und hier ist auch Papa mit dem leckeren Frühstückstisch. Mit dem leckeren Frühstücksbrot. Hier, guck mal, das ist Fitnessbrot mit Joghurt. Hier ist auch Fitnessbrot mit Joghurt. Aber Schnucki, wir müssen dir was gespüren. Und ich habe... Es hat das alles gerettet, ne Frau Fablan? Habe ich nichts gesagt, dass du das Baby fäckst? Und ich habe hier von McDonalds diesen... Meister unterbrennen lassen. Ich habe hier von McDonalds... Äh, danke, Frosja. Ich habe hier von McDonalds dieses Brot mit Ei und Bacon. Also hast du dich auch gleich mitgerettet. Ja. Nicht nur meine Mutter, sondern auch dich. Mhm. Leute, ich habe gerade gefrühstückt, dieses Toasting war auf jeden Fall richtig lecker. Und jetzt werde ich gleich einmal Englisch üben, weil ich ja morgen, also Montag, eine Arbeit schreibe. Und dafür muss ich jetzt noch ein bisschen üben, weil ich kann das... Also eigentlich kann ich schon, aber üben vor der Arbeitszeit auf jeden Fall nie. Und das habe ich jetzt hier. Also hier sind diese Grammatikseiten alles. Muss ich denn mal durchlesen nochmal. Oh Gott, ist das hier. Oh Gott. Ja, ich lese mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen die Grammatikseiten durch und mache auch noch ein paar Übungen, damit ich halt morgen einigermaßen eine gute Note schreibe. So, Leute, das war es jetzt auch schon mit Englisch lernen. Dieses Buch kann ich jetzt einfach mal zuklappen und weg. Das war es nämlich jetzt mit Englisch lernen, weil ab Montag bleibe ich zu Hause. Homeschooling war ab Mittwoch, wird sonst eh alles gut. Gesundheit, Papa. Ab Mittwoch wird sonst eh alles geschlossen. Und deshalb bleibe ich jetzt schon am Montag mit ganz vielen Leuten auch zu Hause. Und ja, dann wird halt zu Hause unterrichtet. Und ab Mittwoch wird dann eh home, musst du mir sehen. Das macht dann gar keinen Sinn. Also, ja. In der Gruppe haben auch ganz viele geschrieben. Das ist jetzt schon ungefähr die Hälfte. Also zehn Leute bleiben jetzt schon zu Hause. Also ein bisschen weniger als die Hälfte bleiben jetzt schon zu Hause. Und davon auch einige von meinen Freunden. Deshalb bleibe ich einfach auch zu Hause. Und jo. Ferien. Nein, aber ihr müsst ja. Ihr bekommt morgen bestimmt ganz viele Aufgaben, schätze ich noch. Ich glaube auch. Aber sonst müssen die zwei Tage sind, ist eh die ganze Klasse zu Hause. Also diese zwei Tage wollen jetzt auch nichts. Und das heißt, ich habe heute einen schönen Sonntag ohne Englisch zu üben. So, also ich habe hier so ein Schaubild. Also so ein Bild. Und jetzt kann man hier einfach rüber malen. Und dann ist es am Fenster. So cool. Mit einem Kreide-Adding. Kreidemarker. Okay. Ehm, Kreidemarker. Und das mache ich jetzt heute hier. Cool. Und jetzt kannst du auch nicht. Kannst ausmalen. Wollen wir die ganze Stadt jetzt malen? Ich mache das. Ich mache das alles. Das schaffst du nicht. Cool. Das sieht toll aus. Guck mal, von hier gesehen. Guck mal, wenn ich von oben filme, dann sieht man die gemalte Schneeflocker. Und jetzt von hier. Cool. Guck mal. Jo. Supi. Von hier aus, denkt man sich, hä, wieso malst du daneben? Aber du malst ja da, wo die sind, ne? Ja. Okay. Man kann dir hier jetzt ganz bildvoll malen. Das ganze Fenster. Bist du dann morgen fertig? Meine Seite ist auch schon mal fertig. Guckt mal. Jetzt nehmen wir es einmal ab und gucken, wie es aussieht. Wow. Das sieht wunderschön aus. Ah ja. Papa muss es nochmal sehen. Papa ist jetzt da. So. Komm rein. Was hast du gemacht? Ein Aufkleber draufgeklebt. Dann ist es gemalt. Wer hat das gemalt? Ich. Und das ist Mamas. Das hast du gemalt, ja? Ja. Lebewesen, Häuser, Sterne, Schnee, Mond. Was ist denn das? Ja, wahrscheinlich geht das nicht, weil die Kamera, die stellt auf die Hecke scharf. Und die können das hier nicht erkennen. Vielleicht musst du mal auf dem Mond hier fixieren. Sehr. Geh mal auf dein Mond hier rauf. Ne, ja, die muss ja gucken dann. Den Mond in die Mitte irgendwie. Und dann hast du es auch, glaube ich, ein bisschen schärfer. Jo. Ja, frohe Weihnachten, würde ich sagen, ne? Nein, man hat die Schablone von außen draufgeklebt und dann gemalt. Also. Schärfer ist ja trotzdem schwer. Richtig gut. Und das hier ist von Mama. Ja. Jo. So Leute, ich beende nicht mehr immer das Video. Und euch noch einen schönen Advent. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.